Sollte man bei einer Schönheitsoperation oder bei einer Schönheitsbehandlung auf den Preis achten? Selbstverständlich wollen alle einen guten Preis und haben alle ihre privaten Ausgaben und schauen, dass sie möglichst preiswert zu einer Leistung kommen. Bedenken Sie aber, gerade bei Schönheitsoperationen geht es doch um sehr vieles. Es geht um ihr Äußeres. Es ist ein Eingriff. Es ist ein Eingriff, der mit Risiken verbunden ist und es ist absolut entscheidend, dass qualitativ hochwertige Produkte und Materialien verwendet werden. Es ist zudem entscheidend, hat der Arzt und das behandelnde Personal eine entsprechende Qualifikation, eine entsprechende Erfahrung. All diese Dinge kosten etwas. Ein OP kostet Geld, Personal, hochqualifiziertes Personal kostet Geld. Das beste Material, die besten Materialien kosten Geld. Insofern kann ich Ihnen nur empfehlen, bei Schönheitsoperationen nie in erster Linie auf den Preis zu achten. Wenn Sie eine Operation im Ausland durchführen möchten, können Sie Glück haben und es kann auch ein guter Chirurg sein und es können gute und hochwertige Materialien verwendet werden. Aber Sie müssen sich dessen versichern und Sie müssen vorsichtig vorgehen und all diese Dinge auch abklären, wie Sie das in Deutschland machen würden. Erstes Beratungsgespräch, zweites Beratungsgespräch, OP-Termin und die Nachbetreuung. Und da fängt das Problem an. Die Nachbetreuungen müssen ortsnah sein, weil es gewisse Risiken gibt. Es gibt gewisse Risiken auf Folgeprobleme, Blutungen, Infektionen. Und wenn Sie dann noch in den Flieger steigen müssen und drei Stunden an einen anderen Ort reisen, ist das in meinen Augen problematisch. Ich kann Ihnen nur empfehlen, und ich spreche nicht aus Eigennutz, Schönheitsbehandlungen in Ihrer Heimatnähe zu machen, weil Sie dort auch die Gelegenheit haben, schnell beim Arzt zu sein. Sie haben auch die Gelegenheit, sich Referenzen einzuholen, Menschen zu sprechen, die bereits operiert worden sind, und haben damit eine hohe Chance, eine hochqualitative und gute Operation oder Schönheitsmaßnahme zu erhalten.